Ja, hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder, Peter Heinrich von easydav.de. Ja, heute geht es um das Thema Verben, die man sowohl reflexiv als auch transitiv benutzen kann. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, gleich nach dem Intro geht's los. Ja, in unserem easydav Campus findet ja jede Woche regelmäßig ein Online-Konversationskurs statt. Und in der letzten Woche war das Thema Kindheit. Die Teilnehmenden haben sich also über früher unterhalten, über die Zeit, als sie noch Kind waren und so weiter. Und in unserem Archiv sind ja alle Konversationen aufgezeichnet. Das heißt, neue Mitglieder können sich mittlerweile über 50 Aufzeichnungen von Konversationen ansehen mit Zusatzmaterialien und so weiter. Ist übrigens auch für DozentInnen sehr interessant. Ja, und dort kann man natürlich auch kommentieren, wenn man eine Frage hat. Und unsere Teilnehmerin Julia hat sich das also auch hinterher angesehen. Und sie hat mir hier eine Frage gestellt. Während des Gesprächs kam der Satz vor, kommt der Satz vor, er hat sich geändert. Ich mache das mal noch etwas größer. Und hier ist auch ein Zeitmarker. Ich habe mir das angehört. Und lasst uns gerade mal das Ganze im Kontext uns anhören. War unglaublich streng. Also interessant. Du sagst, er hat sich geändert. Jetzt ist er älter und viel, viel lockerer und weniger streng. Ja, und sie fragt dazu also, ich dachte, dass man streng sich mit mehr Persönlichem ihn umsetzen muss. Nicht? Ja, das müssen wir mal ein bisschen auftröseln. Ich habe ihr zwar hier geantwortet. Ich bin natürlich immer hier präsent und lese die Kommentare mit und beantworte sie auch. Und lasst uns das erstmal anschauen. Wir haben hier einmal, dieses sich ist ein Reflexivpronomen. Und dieses ihn wäre einfach ein Personalpronomen im Akkusativ. So, und jetzt schauen wir uns die Sache mal an. Es geht um das Verb. Ich schreibe das mal gerade oben drüber hier. Sich ärgern. Und dieses Verb kann ich nun verwenden reflexiv. Das heißt, auf mich selbst bezogen. Ich ärgere mich. Oder ich kann jemand anders ärgern. Dann wäre es ein transitiver Gebrauch. Dann verwendet es das Personalpronomen im Akkusativ. Das wäre dann hier. Beziehungsweise, wenn ich sage, ich ärgere mich, bin ich natürlich hier. Aber unser Beispielsatz war ja, er hat sich geärgert. Also, er ärgert sich. Schauen wir uns das nochmal an. Hier haben wir also das Personalpronomen. Ich, du, er, sie, es und so weiter. In allen Varianten. Und dann habe ich hier einmal eine Spalte gemacht. Das Personalpronomen im Akkusativ. Und das Personalpronomen im Dativ. Und hier habe ich das Reflexivpronomen mal aufgeschrieben. Oder die Reflexivpronomen im Plural. Auch wieder im Akkusativ. Ihr wisst, in meinem System ist der Akkusativ immer blau. Und der Dativ ist immer rot. Und deswegen habe ich jetzt hier gar nicht mehr Akkusativ und Dativ drüber geschrieben. Jetzt geht es also darum, dass sich ärgern hier in dem Satz reflexiv benutzt wurde. Und ich will das mal entsprechend aufschreiben. Und als Reflexivpronomen ist der Reflexiv, das heißt zurückbeugend auf das Subjekt, das das Verb verwendet. Das heißt, das Subjekt ärgert sich selbst. Wenn ich jetzt hier ihn einsetze, weil Julia meint, es wäre persönlicher oder so. Das stimmt aber nicht. Das ist einfach nur statt dem Reflexivpronomen dann das Personalpronomen von er hier in den Akkusativ gesetzt. Und dann sind wir bei ihn. Und jetzt wollen wir mal diesen Satz aufschreiben. Dann wäre es er ärgert ihn. Und nun haben wir ein Personalpronomen im Akkusativ. Und das wäre ein transitiver Gebrauch. Ich will das mal ein bisschen beschriften hier. Dazu mache ich ein bisschen mehr Platz. So, wir haben hier also den transitiven Gebrauch. Transitiv bedeutet auch immer mit Akkusativ. Also jedes transitive Verb im Wörterbuch steht ja oft nicht Verb mit Akkusativ, sondern da steht Verb TR und das TR steht für transitiv. Transitiv bedeutet immer, dass ein Akkusativ verwendet wird. Und hier ist also unser Personalpronomen im Akkusativ. Und mit ihm ist jetzt irgendeine andere Person gemeint. Wir können hier, das zeigt irgendwo hin. Wir wissen nicht, wer er ist. Es ist auf jeden Fall eine weitere Person im Spiel. Wir haben hier nämlich ein Subjekt. Will ich mal unseren gängigen Farben oder meinen gängigen Farben hier markieren. Das Subjekt ist bei mir immer grün. Er ärgert ihn. Das hier ist jetzt ein Akkusativobjekt. Und dieses ist ein Personalpronomen. Und dieses Pronomen, das Personalpronomen verweist jetzt auf irgendeine Person. Wir wissen nicht, wer sie ist. Sie ist auf jeden Fall eine andere Person. als das Subjekt. Hier sind zwei Personen im Spiel und das ist sehr wichtig. Und wenn ich hier den reflexiven Gebrauch wähle. Das hier ist reflexiv. Dann habe ich wieder mein Subjekt. Noch ein schöner. Jetzt habe ich zwar wieder ein Reflexivpronomen im Akkusativ. Ich kann das schon in den Akkusativ auch mal blau machen, weil es eben der Akkusativ ist. Aber wir haben hier unser Subjekt, eine Person. Und das Reflexivpronomen verweist auf dieselbe Person. Deswegen kann man hier nicht einfach sagen, er ärgert ihn. Das ist ein völlig anderer Satz. Da ist eine weitere Person im Spiel. Und man nennt diese Verben teilreflexive Verben. Ich kann sie auf mich selbst beziehen oder ich kann sie transitiv verwenden, indem ich sie auf jemand anderen beziehe. Zum Beispiel sich etwas kaufen. Ich kann mir selbst etwas kaufen. Ich kann aber auch meiner Freundin etwas kaufen. Dann würde ich also er kauft sich etwas oder er kauft ihr etwas. Das wäre allerdings ein teilreflexives Verb hier mit Reflexivpronomen im Dativ. Und es gibt auch weitere teilreflexive Verben mit Reflexivpronomen im Akkusativ. Jetzt fällt mir immer auf die Schnelle nicht ein, aber ihr werdet ja, wenn ihr danach googelt, sehr viele finden. Und es gibt natürlich auch echte reflexive Verben. Da kann man das nicht einfach so entscheiden. Das ist zum Beispiel das Verb sich freuen. Also dieses dieses Verb sich ärgern ist teilreflexiv. Das heißt, ich kann es reflexiv auf mich selbst bezogen verwenden oder halt auf das Subjekt bezogen oder ich kann es transitiv verwenden mit einem beziehungsweise nicht transitiv. Das gilt ja nur für Akkusativobjekte. Entweder mit Akkusativobjekt, dann wäre es transitiv oder eben mit Dativobjekt. und bei den echten reflexiven Verben zum Beispiel sich freuen oder sich ausruhen, da funktioniert das nicht. Die kann man nur reflexiv verwenden. auch hier machen wir mal wieder ein bisschen Platz. Also für mich sind diese modernen Medien wirklich die Rettung. Ich habe früher immer, ich war immer so unorganisiert an der Tafel und hier kann ich einfach mir alles zurechtschieben. das sind nun echte reflexive Verben. Die müssen das Reflexivpronomen benutzen. Gut, ich hoffe, ich konnte euch das gut erklären, schön erklären. Ja, wenn euch das gefallen hat und wenn ihr weiterhin gerne mir auch spezielle Fragen stellen wollt, dann geht das am besten in unserem Campus und ich erlaube mir, weil ich es gerade heute ich erhalten habe, ich erlaube mir, euch einen Kommentar vorzulesen, den eine Teilnehmerin unseres kostenlosen Gedächtnis Crashkurses geschrieben hat. Also es wird nochmal eingeblendet, ihr könnt euch da wirklich kostenlos eintragen und sie schreibt hier, das ist Georgie, das hat mich besonders gefreut, das kam gerade heute, ihr seht hier vor vier Stunden, ja, ist natürlich kein Datum dabei, aber ihr könnt mir glauben, es kam heute rein, geniale Lerntechniken, jetzt kommt, da ich Deutsch seit 40 Jahren unterrichte, ist meine Begeisterung fundiert und also auch da habe ich mich bedankt dafür und meine Freude zum Ausdruck gebracht. Ja, also tragt euch ruhig ein, easyduff.de slash crashkurs und es ist wirklich kostenlos, schaut euch um in unserem Campus, das war es für heute und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst wie immer ein Abo da, vergesst dabei die Glocke nicht und natürlich freue ich mich auch über Daumen nach oben und so weiter und es lohnt sich immer mal vorbeizuschauen auf meiner Website easyduff.de Alles klar, das war es für heute bis zum nächsten Video Tschüss Bis zum nächsten Mal.